Der Mann, der ein Flusspferd war. Es war einmal ein ganz schön dicker Mann. Der sagte sich eines Tages, Ich habe 100 Bücher und alle schon gelesen. Vielleicht kaufe ich mir noch ein Buch. Er ging in einen Laden und kaufte sich noch ein Buch. In dem Buch war gleich auf der ersten Seite ein Bild. Und unter dem Bild stand geschrieben, Das ist das Flusspferd. Schön, dachte der Mann. Das ist das Flusspferd und ich bin der Mensch. Ich gehe jeden Tag arbeiten, aber das Flusspferd liegt jeden Tag im Fluss. Vielleicht hat das Flusspferd Lust, Mensch zu sein. Ich, der Mensch, habe Lust, Flusspferd zu sein. Da der Mann in seiner Wohnung keinen Fluss hatte, ließ er die Badewanne voll Wasser, bis nur noch der Kopf herausschaute. Dann nahm er das Buch, blätterte die nächste Seite um und las, Das Flusspferd wird auf Lateinisch Hippopotamus genannt. Donnerwetter, dachte der Mann. Noch einen Namen habe ich, das Flusspferd. Hippopotamus. Wie stolz das klingt. Früher hieß ich bloß Maya. Es wird Zeit, dass ich mich den Leuten zeige. Darauf stieg der Mann aus der Wanne, die sowieso höchst ungeeignet für ein Flusspferd war, zog seinen besten Anzug an, setzte den Hut auf und ging los. Die Straße herauf kam Frau Müller. Der Mann lüftete den Hut und sagte, Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag, Herr Mayer, sagte Frau Müller. Hippopotamus, sagte der Mann. Sie haben recht, ein schlimmes Wetter heute, sagte Frau Müller und ging. Sie will nicht sehen, dass ich ein Flusspferd bin, dachte der Mann, knifft die Augen zusammen, plusterte die Backen auf und trampelte. Jetzt bin ich aber wirklich das Flusspferd und Hunger habe ich auch. So kam er zu einem Laden, in dem es Käse und Waschpulver gab. Was aber mochte so ein Flusspferd fressen? Er nahm das Buch aus der Tasche, schlug die nächste Seite auf und las. Das Flusspferd frisst sehr große Mengen Kraut, Gras, Blätter oder Wurzeln. Liebe Frau, sagte der Mann, ich möchte sehr große Mengen Kraut, Gras, Blätter oder Wurzeln. Sie schelm, sagte die Frau und legte einen Strauß Petersilie auf die Ladentafel. Der Mann, der ein Flusspferd war, steckte es in den Mund. Es schmeckte. Erst bezahlen, rief die Verkäuferin. Ich nehme 100 Stück, sagte der Mann. Die 100 Strauß Petersilie stopfte er in sämtliche Taschen und schritt davon. Man will noch immer nicht einsehen, dass ich das Flusspferd bin, dachte er, nahm das Buch heraus und schlug die nächste Seite auf. Sein Gesang ist ein tiefes Grunzen und ein gelegentliches, weithin schallendes Brüllen. Aha, dachte der Mann, das Flusspferd ist auch Künstler. So begab er sich zum Opernhaus. Bitte lassen Sie mich auf die Bühne, sagte er zum Kassenfräulein. Ich bin Künstler. Das behauptet jeder, antwortete das Kassenfräulein. Ich kann aber singen, sagte der Mann. Es handelt sich um ein tiefes Grunzen und ein gelegentliches, weithinschallendes Brüllen. Machen Sie das in der Badewanne, sagte das Kassenfräulein. Aber da war der Mann ja schon gewesen. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich eine Eintrittskarte zu kaufen. Er setzte sich in die erste Reihe. Weil die Oper noch nicht richtig angefangen hatte, nahm er etwas Petersilie, aß und grunzte tief. Ruhe, rief es, denn die Kapelle spielte schon. Jemand schwenkte ununterbrochen die Arme. Das war der Kapellmeister. Endlich öffnete sich der Vorhang. Auf der Bühne, die sehr fremdländisch aussah, stand ein dicker Mensch und brüllte weithinschallend. Er hat die Rolle des Flusspferds übernommen, dachte der Mann und begann ebenfalls weithinschallend zu brüllen. Es gelang ihm so wundervoll, dass die Leute nur noch ihm zuhörten. Auch der Kapellmeister drehte sich vom Orchester weg, in den Zuschauerraum und fuchtelte in der Luft herum. Jetzt dirigiert er mich, dachte der Mann und brüllte noch weithinschallender, sodass der Sänger auf der Bühne verstummte. Er sieht ein, dass ich es besser kann, dachte der Mann. Der Vorhang fiel und es kam der Operndirektor persönlich. Was grönen Sie hier herum, Sie Flusspferd, rief er. Endlich erkennt mich einer, dachte der Mann. Verlassen Sie unser Haus, rief der Operndirektor. Dies ist eine Oper von Richard Wagner. So musste der Mann, der ein Flusspferd war, das Opernhaus verlassen. Gern hätte er geweint, doch woher sollte er wissen, ob ein Flusspferd zu weinen vermag? Auf der nächsten Seite im Buch stand nur, dem Menschen kann das Flusspferd sehr gefährlich werden. Vielleicht mögen die Leute deshalb nicht, dass ich ein Flusspferd bin, dachte er. Ich muss es geheim halten. Keiner darf wissen, dass ich in Wirklichkeit nicht Meier, sondern Hippopotamus heiße. Von nun an tat der Mann, was alle Leute taten. Er ging seiner Arbeit nach, ließ sich Herr Meier nennen, und aß Käse im Schnitt. Nur wenn ihn keiner beobachtete, verzerrte er große Mengen Petersilie. Eine Geschichte vom wunderbaren Thomas Rosenlöcher Bis übernächste Woche. Fühl dich gedrückt. Pass gut auf dich auf. Deine Susi Zu Fühl dich gedrückt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018